Moin, was geht, Exo hier. Heute das Video dazu, wie Activision Skill-Based Matchmaking verbessern könnte. Es wird der Fokus darauf gelegt, dass alle Spieler bestmöglich zufrieden sind, unabhängig von ihrer Skill-Kategorie. Leider ist es derzeit so, mit dem aktuellen Skill-Based Matchmaking, dass wenn du umso besser bist, umso unzufriedener bist. Da wir im letzten Video das große Skill-Based Matchmaking-Statement von Activision höchstpersönlich bearbeitet haben, dachte ich mir, es wäre doch cool, Activision eine kleine Hilfe zu geben und mal ein paar Verbesserungsvorschläge zu äußern, womit auch wirklich alle Spieler zufrieden wären. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn er Zeit hat, noch einen Kommentar und dann fangen wir mal an. Ja, die SBMM-Alternativen, die ich euch heute präsentiere, sind auch Sachen, die von der Community gewünscht wurden. Da sind wirklich sehr, sehr coole Verbesserungsvorschläge gekommen und ich denke, die sind auch effektiv genug. Das Ganze ist so gestaffelt, dass wir erstmal damit anfangen, mit den Punkten, wo ich denke, Activision wird das eher nicht umsetzen, weil es nicht zu 100% gewährleistet, dass auch die schlechten Spieler geschützt sind. Das möchte ja Activision, deswegen sollten wir da mal ein bisschen differenzierter denken und zum Ende hin kommen meine absoluten Favoriten, wo ich auch denke, ja, da könnte man Activision überreden. Die erste Möglichkeit, die sich von der Community wirklich sehr, sehr stark gewünscht wird, sind unterschiedliche Playlists. Das bedeutet, du gehst in ein Spiel rein, beispielsweise MW3 oder Warzone und triffst vorher die Wahl, ich möchte jetzt gewertet oder ungewertet spielen. Diese Begriffe kann man natürlich ganz klar austauschen aus Skill-basiert, nicht Skill-basiert. Also du hast wirklich zwei separate Playlists, die sich dann darunter unterscheiden, dass du einmal auf Gegner treffen kannst, die auf deinem Niveau sind, so wie es aktuell der Fall ist. Das bedeutet, da wäre dann in dem Modus das jetzige Skill-Based Matchmaking drin. Dann hast du eine andere Playlist, ungewertet, nicht Skill-basiert. Da wäre es so, dass wirklich die Connection, der Ping als allererstes kommt und dann wirklich nur unterteilt wird zwischen allen Spielern und Protected Bracket Spielern, dass die weiterhin geschützt werden, weil das sind wirklich, das muss einfach sein, meiner Meinung nach. Dann wäre es natürlich auch so, dass die Spieler, die jetzt, sagen wir mal, in Kauf nehmen, nicht diesen Skill-basierten Modus zu spielen, dass die dann ganz klar davon profitieren, eine bessere Connection zu haben und dann wird auch höchstwahrscheinlich, gehe ich ganz stark von aus, die Lobbysuche auch wieder schneller gehen, so wie man es früher gewohnt ist. Call of Duty streitet das zwar ab, das haben wir ja im letzten Video geklärt, aber es ist nun mal so, dass früher ohne SBMM die Lobbys viel, viel schneller gefunden waren. Ihr könnt mir natürlich auch eure Meinung zu den jeweiligen Punkten in die Kommentare schreiben oder euren Favorit, schreibt es gerne rein, würde mich sehr interessieren. Die zweite Möglichkeit wäre das Prinzip, wie X-DeFant es machen wird. X-DeFant wird es folgendermaßen machen, dass du ein gewisses Level-Cap hast, sagen wir jetzt einfach in Call of Duty mal Prestige 1. Ab Prestige 1 kommst du wirklich in Lobbys rein, die komplett nicht Skill-basiert sind. Also da ist wirklich, kann man sagen, yo, ich bin jetzt Prestige 1, das ist jetzt ein offenes Haifischbecken und alles davor ist für alle Spieler Skill-basiert, so dass neue Spieler oder schlechtere Spieler sich erstmal warmlaufen können mit dem jeweiligen Spiel und dann gesagt wird, yo, du kommst jetzt ab sofort in ein riesengroßes Haifischbecken und dann wird halt priorisiert nach Ping etc. gesucht. Das wäre beispielsweise auch eine super Möglichkeit, aber das bringt natürlich auch Sachen mit sich, die nicht so cool sind. Beispielsweise könnte man sich dann ganz einfach einen neuen Account machen und dann irgendwelche Triple-Quad-Nukes erspielen in den wirklichen Low-Brackets, weil man sich ja direkt ab Level 1 einen schlechten Account runterboosten könnte, 1, 2, 3, 4 Runden und dann bist du wirklich in den Low-Low-Brackets. Das ist immer ein Punkt, der kommt dann natürlich mit, das müsste man dann versuchen zu unterbinden. Auf der anderen Seite hast du dann natürlich das Problem, dass manche Spieler immer noch nicht auf einem Stand sind, dass sie überleben können ab Prestige 1, die wirklich nur einmal die Woche spielen. Irgendwann haben diese Spieler ja auch Prestige 1 erreicht und dann könnte man ja ein SBMM anbauen in diesem riesengroßen Haifischbecken, welches sich so anfühlt wie in Black Ops 2 oder Black Ops 3, welches wirklich sehr niedrig runtergesetzt ist, dass wirklich nur die schlechtesten, der allerschlechtesten Spieler geschützt werden. Kommen wir einmal zu der dritten Möglichkeit. Da habe ich mir aufgeschrieben, einfach das Gay-Base-Matchmaking verringern, bis alle Spieler zufrieden sind. Das könnte so aussehen, dass man das immer stufenweise verringert und Activision hat ja ganz breit erklärt in dem Statement, was wir da natürlich auch annehmen müssen, weil es immerhin noch ihr Spiel ist und dieses System, das aktuelle SBMM, es lohnt sich einfach für die und sie können im Prinzip, sagen wir mal auf gut Deutsch gesagt, sie können auf uns alle hier scheißen. Weil 90% der Spielerschaft Casuals sind, die überhaupt nicht auf Social Media oder andersweitig unterwegs sind, geschweige denn ein Twitch-Stream gucken, machen diese Leute nicht. Und dann könnte Activision das ja, ich sag mal, bei jedem Update, jede Woche immer 5% verringern, um zu sehen, wie sieht es denn aus bei den Spielern? Ist es so, dass die schlechten Spieler abhauen? Und wie sieht das Ganze auf Social Media aus? Wird Call of Duty jetzt mehr belächelt? Spielen auch bessere Spieler das Ganze länger? Und dass man da wirklich ein Mittelfeld findet, weil das hat man ja in der Vergangenheit sehr, sehr stark vermisst, dass da nicht mal irgendwie auf einen zugegangen wird und gesagt wird, yo, Alter, komm, wir probieren es jetzt einfach mal aus, wir verringern das Ganze jetzt mal 5% und dann schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu, yo, ist jetzt schon angenehmer. Und zeitgleich gucken sie natürlich auf die Spielerstatistiken, ob diese schlechteren Spieler abhauen oder weiterhin am Ball bleiben. Ich denke, da kann man auch einiges optimieren. Ich denke nicht, dass, wenn man das Skill-Based Matchmaking-System, das jetzige um 15% verringert, dass auf einmal zigtausend viele Spieler abhauen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Andererseits könnte man auch einfach die Staffelungen der Skill-Kategorien anders machen, weil das hatte ja zum Beispiel Activision nicht erwähnt in ihrem Statement. Wie diese Staffelung läuft, ist es im Prinzip eine Staffelung, die im Background nach SR-Punkten geht, wie beim Rank Play, oder wird eher gesagt, yo, bis zu diesem Grad bist du schlecht, ab diesem Grad bist du Mittelfeld und ab diesem Grad bist du richtig gut. Wie sind da die unterschiedlichen Staffelungen? Sind es nur drei Staffelungen oder sind es wirklich 20, 30, 40 Staffelungen, wo dann immer diese Lobbys gesucht werden, die am besten da reinpassen würden. Und dann könnte man ja diesen Radius von dieser Staffelung einfach erhöhen und das vielleicht auch mal ausprobieren. Kommen wir mal zu der vorletzten Möglichkeit. Und da sehe ich ganz klar die Verbindung priorisieren und dann erst in Skill unterteilen. Activision hat uns ja gesagt, dass sie das machen, was ich persönlich nicht glaube, weil die Suche extrem lang dauert und dann hast du ja wirklich noch eine sehr, sehr schlechte Connection. Vielleicht ist es auch so, dass die Verbindung momentan priorisiert wird, aber ich glaube, dass die Verbindung in einem zu großen Radius ist und dadurch die schlechten Server-Connections zustande kommen. Einfach die Verbindung priorisieren, wie sie es jetzt vielleicht auch schon machen und dann den Radius, wo er suchen kann, einfach ganz klar runtersetzen, dass das alles viel geballter zusammen ist. Das könnte man ja auf gewisse Länder beschränken. Wir haben ja leider auch gar keine Einsicht, wie weit der irgendwo hin connecten kann, wenn du jetzt ganz normale Lobby suchst. Ist es nur Europa oder wie sucht er? Das wäre halt noch entscheidend zu wissen, wenn ich jetzt aus Deutschland eine Lobby suche, was kann denn passieren? Wie weit kann das denn gehen, dass Leute vielleicht auch aus anderen Kontinenten in meine Lobbys reinkommen? Das wäre vielleicht auch noch ein interessanter Punkt. Und wenn man dann diesen Radius runtersetzt, sagen wir jetzt einfach mal, wir starten die Lobby-Suche und er darf nur bis 40 Millisekunden Ping-Zeit suchen, nicht weiter. Und dann bleibt er auch da stehen, weil ihr seht es ja selber in der Lobby-Suche, er sucht erst nach so und so viel Millisekunden Ping, sagen wir jetzt einfach mal 10, dann erweitert er auf 20, dann auf 30, 40, 50, 60 und so weiter und so fort, bis er endlich mal eine Lobby findet. Bedeutet, der Radius, der Suchradius, wie die Lobby zustande kommt, ist momentan viel zu hoch gesetzt und dadurch kommen auch die schlechten Serverzeiten zustande. Wenn er also die Lobby-Suche startet und nur bis 40 Millisekunden Ping-Zeit hochgehen kann, dann kann er ja immer noch in SBMM unterteilen, auf einer ziemlich guten Weise, sage ich einfach mal, weil ja sowieso automatisch auch schlechtere Spieler mit in die Lobby reinkommen. Dass es nur ein Anhaltspunkt ist, dieses SBMM. In der Theorie hört sich das wahrscheinlich noch sehr, sehr hart an, dass SBMM da trotzdem noch drin ist, aber ich glaube, umso kleiner der Radius ist, wo man sucht, umso schlechter kann auch dieses SBMM arbeiten. Deswegen denke ich, dass es in der Praxis dennoch sehr, sehr gut wäre und viel Vielfalt bringen würde. Kommen wir mal zum letzten Punkt, zu meinen absoluten Favoriten, den predige ich ja schon seit Jahren, und zwar einen Team-Balancer. Der Team-Balancer wäre folgendermaßen aufgebaut. Du suchst eine Lobby, kommst dann zufälligerweise mit, sagen wir einfach mal, fünf weiteren Mates in eine Lobby rein und dann guckt das SBMM, ja, hier sind jetzt zum Beispiel zwei gute, zwei im Mittelfeld und noch zwei sehr schlechte Spieler. Und dann versucht das Spiel einen, ich sag mal, eine Lobby zustande zu bekommen, also euer Gegnerteam, welches ungefähr ähnlich aufgebaut ist. Sowas hat meine, ich glaube, Battlefield 2042, Battlefield 3 und 4 drinne. Ich glaube, die haben einen Team-Balancer, wenn ich mich nicht irre. Und dann wäre es ja so, dass kein Team jetzt ultraheftig zerstört würden könnte mit drei, vier Triple-Nukes oder was weiß ich nicht alles. Das würde aber immer noch, ich sag mal, bieten, dass man eine sehr, sehr große Vielfalt in dem Game hat. Das ist ja zum Beispiel auch eine Kernthematik von diesem SBMM, dass die Community kritisiert, dass die Vielfalt wirklich so, so gering ist in dem Spiel, weil du immer gegen gleich gute spielst. Du hast ja kaum Abwechslung. Ich würde mal sagen, ein guter Spieler hat eine ganz andere Spielweise, ein Spielverständnis als ein schlechter Spieler, der auch vielleicht mal irgendwo hinterm Headclitch die ganze Zeit irgendwo am Cap'n ist mit einem LMG und einem Sniper-Scope und der dich dann trotzdem auch noch wegholen kann. Das ist ja alles geboten. Und wie wir wissen, das SBMM trackt ja auch das Movement etc. Deswegen ist es auch immer so, dass du wirklich in die Lobbys reinkommst, wo die Leute auch ordentlich am Rushen, an Slide-Canceln sind ohne Ende. Und dann wäre das für die Vielfalt ja auch cool, wenn du mal gegen Gegner spielst, ein, zwei im Gegnerteam, die vielleicht auch mal ein bisschen defensiver agieren. Und dadurch wäre ja wie gesagt schon perfekt gewährleistet, dass kein Spieler zerstört werden kann, was ja in Activisions Augen das Hauptaugenmerk ist, warum dieses Skill-Based Matchmaking-System im Spiel mit drin ist. Natürlich wäre es auf der anderen Seite so, dass wenn du jetzt eine Dreierparty hast, dann natürlich auch höchstwahrscheinlich mit einer Dreierparty gematcht werden würdest. War aber damals auch schon in der Vergangenheit so. Also wo wir in der 6er-Runde MW3 gespielt haben, also das frühere MW3, war es auch so, dass wir priorisiert oftmals wirklich gegen Clans gespielt haben, die auch eine 6- oder 5-Mann-Party waren. Und das finde ich persönlich auch gar nicht schlimm. Wenn man schon den Vorteil hat, dass man in einer Party ist, dann sollte man auch gegen andere Partys spielen. Natürlich nicht immer 5er, 6er. Du kannst auch gegen eine 3er und noch gegen eine 3er-Party spielen. Das würde natürlich auch gehen. Aber dass das Ganze so gebalanced da ist. Und der ganz, 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 ganz große Vorteil von diesem System ist auch so, wenn du jetzt mit Freunden spielst und ich sage mal, der eine Freund ist richtig gut, der andere ist eher im Mittelfeld und der andere ist eher schlechter, weil er noch gar nicht so lange spielt, dann wäre es natürlich auch so, dass man viel, viel besser zusammen spielen könnte. Das ist ja momentan wirklich das wirklich schlimme Problem von Warzone, dass wenn du Spiele hast auf einem unterschiedlichen Skill-Niveau, weil sie vielleicht nicht so oft Warzone spielen, mehr im Multiplayer aktiv sind und einfach jetzt nicht so, ich sag mal, die Routine haben, wie ein Spieler, der nur Warzone spielt, ja, dann kannst du es eigentlich vergessen, Warzone zu spielen, weil der wirklich gefühlt immer die Lobby bevorzugt von dem besten Spieler, der in der Party drin ist. Und dann ist es ja umso schwerer für den schlechteren Spieler, Fuß zu fassen in Warzone, wenn er gerne mit seinen Freunden spielen möchte. Sonst müsste er die ganze Zeit Solo spielen. Und selbst wenn er das macht und irgendwie trotzdem nicht besser wird, aber trotzdem ein bisschen Routine drauf hat, ist es für ihn viel zu schwer, weil die Spieler wirklich zu krass sind für denjenigen. Und das ist für mich momentan wirklich der größte Kritikpunkt, ganz klar in Warzone, dass die Teammates, wenn die nicht so auf einem Niveau sind, wirklich, es ist unspielbar für diese Leute. Und diese Leute haben auch wirklich nie Spaß. Und wenn jetzt einer anfängt von Real-Life-Kollegen, dann kann ich ihnen das Spiel nicht beibringen, außer ich erstelle mir einen neuen Account und spiele den erst runter, damit wir in Lobbys reinkommen, wo derjenige auch Spaß drin hat. Weil diese Leute, wenn die jetzt nicht auf dem Niveau sind von den besten Spielern, die machen dann auch kaum Kills und helfen auch kaum dem Team. Deswegen, dann hat der bessere Spieler davon auch nichts. Ich finde, das bringt so ein bisschen, ich finde, das spaltet die Community irgendwie ein bisschen. Oder was meint ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das waren jetzt meine Möglichkeiten, die ich euch mal präsentieren wollte. Wenn ihr noch weitere habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Aber ich denke, mit diesen ganzen Sachen, wenn da was von umgesetzt werden würde oder eine Mischung aus allem irgendwie, dann wäre uns schon sehr groß geholfen. Aber man muss momentan sagen, dass die Community zwei Hauptkritikpunkte hat. Als allererstes die Verbindung und als zweiter Stelle natürlich die Vielfalt im Gameplay. Und da sollte Activision meiner Meinung nach dran arbeiten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020